Hi und herzlich willkommen bei Lerner Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind bei der Körperberechnung beim Kegel. Hier seht ihr einen. Und heute wollen wir die Oberfläche berechnen. So, Oberfläche besteht aus der Grundfläche, einem Kreis und beim Spitzkörper hier die Mantelfläche, die spitz zulaufend ist. Okay, so, total einfach. Die Oberfläche ist also die Grundfläche plus Mantel. So, da das hier ein Kreis ist, ist die Grundfläche Pi mal R Quadrat, nämlich die Kreisfläche. Und der Mantel, und das ist jetzt neu, ist Pi mal R mal S, wobei S hier die Seitenhöhe ist. Das heißt, ab sofort haben wir zwei Höhen, nämlich einmal die Höhe des Körpers und die Seitenhöhe. Manchmal HS, ich mache es hier mit S. Schauen wir uns noch ein bisschen genauer an. Wenn ich den Kegel nämlich mal auseinanderklappe, dann erkenne ich die kreisrunde Grundfläche, klar, und hier die Mantelfläche, ein Kreisausschnitt. Und das Besondere ist, dass dieser Kreisausschnitt hier genau so lang ist, wie der Kreisumfang. Und S hier, das ist die Seitenhöhe. Und daraus ergibt sich dann die Oberflächenformel Pi mal R Quadrat, der Kreis, und die Fläche von diesem Teilstück hier ist dann Pi mal R mal S. Und das schauen wir uns jetzt mal mit ein paar Beispielen an. Es gibt nämlich noch eine kleine Herausforderung. So, starten wir mit dem ersten Beispiel. Hier ist unser Kegel, und wir wissen, der Radius der Grundfläche sind 3 cm, und die Höhe des Körpers hk, damit wir nicht ineinander kommen, sind 5 cm. So, und wir sollen berechnen die Oberfläche. Alles klar. Als erstes schreiben wir in rot die Formel hin. Die Oberfläche ist nichts anderes als Grundfläche plus Mantel. Alles klar. So, wir haben eine kreisrunde Grundfläche, also lautet unsere Formel. Pi mal R Quadrat plus den Mantel, und das haben wir gerade gesagt, ist Pi mal R mal S. So, jetzt würde ich sagen, brauchen wir nur noch einsetzen, aber wir haben S ja gar nicht. Wir haben nur HK. Dafür ein kleiner Ausflug. So, dafür zeichne ich mal eben kurz total zufällig ein rechtwinkliges Dreieck. Ihr ahnt es schon, was jetzt auf euch zukommt. So, das hier ist jetzt das Dreieck, was sich hier in dem Kegel befindet. Und wir kennen von diesem Dreieck, das hier, das ist R. Das sind 3 cm. Und wir kennen die Höhe des Körpers, das ist hier HK, und das sind 5 cm. Wir brauchen aber S. Und S ist hier die Seitenhöhe. Und kleiner Tipp noch, damit ihr es auch wirklich habt, hier ist ein rechter Winkel. Habt das. Richtig, wir rechnen das mit dem Satz des Pythagoras. Wir brauchen also noch S, damit wir S hier einsetzen können. So, Satz des Pythagoras, A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat oder in diesem Fall R Quadrat plus HK zum Quadrat ist S zum Quadrat. Wir kürzen das Ganze ab. Wir wollen ja nur S haben. Also ist S nichts anderes als die Wurzel aus HK zum Quadrat plus R zum Quadrat. Wenn wir nämlich sofort die Wurzel ziehen, dann haben wir gleich S raus und nicht S Quadrat. So, jetzt müssen wir nur noch die Zahlen da reinfüttern. Also die Wurzel aus HK, also 5 cm in Klammern zum Quadrat. Übrigens deswegen die Klammer, weil wir sowohl die 5 als auch die Maßeinheit quadrieren. Und das Ganze dann plus 3 cm, Klammer zu, zum Quadrat. So, das kann ich nicht im Kopf, aber zum Glück haben wir einen Taschenrechner. Auf geht's. Wir brauchen also 5 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat. Einmal kontrollieren. Passt. Und da kommt raus 5,83. Und jetzt wissen wir, S ist gleich 5,83 cm. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Und da sind Lehrerinnen und Lehrer sehr unterschiedlich. Entweder tippt ihr das jetzt hier sofort ein und seid fertig, oder das machen wir beim ersten Mal. Ihr rechnet die Grundfläche und den Mantel getrennt aus und addiert es dann. Beides ist richtig. Beides ist richtig. Lehrerinnen und Lehrer sind da einfach sehr unterschiedlich. Wir machen jetzt einmal den langen Weg. Wir rechnen jetzt zuerst die Grundfläche aus. Und die Grundfläche ist ein Kreis, also Pi mal R Quadrat. Dann setzen wir das ein. Pi mal R Quadrat sind in unserem Fall 3 cm in Klammern zum Quadrat. Also rechnen wir Pi mal 3 zum Quadrat. Und das sind 28,27. Ich runde automatisch auf zwei Stellen nach dem Komma. So. Und eine Fläche ist Quadratzentimeter. Das ist ein Zwischenergebnis und deswegen unterstreiche ich das nur einmal. Jetzt kommt der Mantel. Die Formel ist Pi mal R mal S. Einsetzen. Pi mal R. 3 cm. Mal S. Haben wir gerade ausgerechnet. 5,83 cm. Dann können wir das Ganze ausrechnen. Pi mal 3 mal 5,83. Einmal kontrollieren. Jawohl. Und dann kommt daraus 54,95. 54,95 cm mal Zentimeter Quadratzentimeter. So. Und nun könnte ich das Ganze jetzt einfach addieren, weil ich ja weiß, G plus M ist O. So kann man das machen. Und das wäre jetzt auch richtig. Oder wir tippen das Ganze einmal hier komplett ein. Wir machen jetzt einfach beides. So. Wir addieren jetzt die beiden hier. Also die Oberfläche ist gleich G plus M. Und jetzt sagen wir G ist dann also 28,27 Quadratzentimeter. M ist 54,95 Quadratzentimeter. Und das kommt jetzt in den Taschenrechner. also 28,27 plus 54,95. Und das sind zusammen 83,22. So. 83,22 Quadratzentimeter. So. Jetzt werden einige sagen, na, wenn du das so addierst, dann kann das ja zu einem Rundungsfehler führen. Das stimmt. Und das müsst ihr vorher einmal mit eurem Lehrer oder eurer Lehrerin besprechen. Jetzt die Alternative, die genau so richtig ist. Wir tippen ein Pi mal 3 zum Quadrat plus Pi mal 3 mal 5,83. Wir geben die ganze Formel auf einmal ein. Und jetzt werden wir wahrscheinlich eine kleine Abweichung haben. Und 83,22. Nein. In diesem Fall haben wir keine Abweichung. Und ihr seht, beide Wege funktionieren. So kann man die Oberfläche berechnen. Und jetzt achtet drauf, wenn wir den Radius und die Höhe des Körpers haben. Manchmal haben wir aber auch die Seitenhöhe. Dann geht das viel, viel schneller. Aber je nachdem, was wir haben, geht es schneller oder langsamer. Das war das erste Beispiel. Wir rechnen noch ein Beispiel. So. In unserem zweiten Beispiel ist der Radius gleich 4 Zentimeter. Und wieder haben wir nur die Höhe des Körpers. Und das sind 6 Zentimeter. Okay. Wir wissen jetzt schon von gerade eben, wir werden wohl die Seitenhöhe brauchen. Okay. Aber fangen wir erstmal an. Erstmal die Formel. Ich schreibe die immer in Rot. Die Oberfläche ist Grundfläche plus Mantel. Und daraus ergibt sich die Formel Pi mal R² für den Kreis plus Pi mal R mal S für den Mantel. So. Wir merken, wir brauchen S. S haben wir noch nicht. S holen wir uns also über den Satz des Pythagoras. Und S ist dann gleich die Wurzel aus den beiden Katheten. Also aus 6 Zentimeter in Klammern zum Quadrat plus 4 Zentimeter in Klammern zum Quadrat. So. Ab in den Taschenrechner. Die Wurzel aus 6 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat. Und das sind 7,21. 7,21 Zentimeter. Jetzt haben wir S. Und jetzt können wir das Ganze wieder ausrechnen. Wir machen es nochmal in Teilschritten. Das heißt, wir rechnen jetzt zuerst die Grundfläche aus. Das ist Pi mal R². Also Pi mal 4 Zentimeter in Klammern zum Quadrat. Warum mache ich das immer in Teilschritten? Weil man für Teilschritte, wenn es ganz schief geht, noch Teilpunkte bekommt. Deswegen würde ich immer diesen Weg wählen. So. 50,27. Also ist die Grundfläche 50,27 Quadratzentimeter. So. Das ist die Grundfläche vom Kreis. Einmal unterstreichen, weil es ein Zwischenergebnis ist. Jetzt den Mantel. Der Mantel ist Pi mal R mal S. Das ist Pi mal R. 4 Zentimeter. Und S haben wir gerade ausgerechnet. Hier oben 7,21 Zentimeter. So. Das Ganze in den Taschenrechner. Pi mal 4 mal 7,21. Einmal kontrollieren. Gleichdrücken. Und dann sind das 90,6. 90,6 Quadratzentimeter. Einmal unterstreichen. Und jetzt können wir es zusammenrechnen. Die Oberfläche ist nichts anderes als die Grundfläche plus Mantel. Also 50,27 Quadratzentimeter plus 90, Quadratzentimeter. Gut. Das kriegen wir im Kopf hin. Dafür brauchen wir keinen Taschenrechner. Das sind dann 140,87 Quadratzentimeter. 90 und 50 sind 140. 60 sind passt. Also Ergebnis zweimal unterstreichen. So. Wieder besteht hier die Möglichkeit einer Abweichung der Kommastelle. Das zeige ich euch natürlich auch nochmal. Wir tippen das Ganze jetzt direkt in die Formel ein. Das heißt, wir rechnen Pi mal R Quadrat. Also 4 zum Quadrat plus Pi mal R mal S. Und S war 7,21. Einmal kontrollieren. Und da kommt dann 140,78 raus. Passt auch. Also in diesem Fall kein Rundungsproblem. So kann man das Ganze berechnen. Und das ist der Weg, wenn ihr den Radius und die Höhe des Körpers habt. Habt ihr sofort die Seitenhöhe, geht das natürlich alles viel, viel schneller. Erkläre ich aber auch in einem Video. So. Das soll es gewesen sein. Okay. Das war's.